Es ist klein, wuschelig weich und hat süße Knopfaugen. Das Meerschweinchen. Woher kommt eigentlich der Name Meerschweinchen? Wo leben seine wilden Verwandten? Und was muss man beachten, wenn man ein Meerschweinchen als Haustier halten will? Diese Fragen wollen wir in diesem Video klären. Die ursprüngliche Heimat der Meerschweinchen ist Südamerika. In den Hochebenen der Andenregion leben die kleinen Nager auf einer Höhe von bis zu 4000 Meter. Ihr warmes Fell schützt sie vor den kühlen Temperaturen, die dort nie über 20 Grad Celsius steigen. Meerschweinchen leben in Familien von bis zu 20 Tieren zusammen. Nachts gehen sie gemeinsam auf die Suche nach Gräsern, Kräutern, Wurzeln und Früchten. Bei Gefahr flüchten. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Ditto4102-ray-Assortutor.com Ditto4123-iğne Ideologien Ditto4123-411-41110-uerh dingetare Joel Te Peter1-511- presidency Karl-と思えば es bei deinemaju Maschne 쿨king